Habt ihr den Link zu der Agenda für heute, die ich gepostet hatte? Oder soll ich ihn nochmal in den Chat packen? Auch Discord wahrscheinlich, ja. Ich habe es in Connect mal, weil ich nicht so Sessions jetzt bei anderen Leitfäden auch nochmal machen muss. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das mit den Links gleich public. Genau, also wir haben ja gesagt, dass wir uns heute mal die Infrastruktur ein bisschen anschauen wollen. Ich würde euch mal ein Fenster teilen, sag mir mal gerade, wenn das ankommt. Müsste das Lernweiß Startseite sein? Ja, ist da. Genau, und wir hatten ja das letzte Mal, die letzten zwei Male darüber gesprochen, wie könnte so Inhaltsverzeichnis aussehen. Da sind wir schon auch recht weit. Dann Ute, du hast auch gesagt, brauchen wir noch ein Concept Board? Wo arbeiten wir eigentlich zusammen? Und da war so mein Gedanke, dass wir mal einen Termin spendieren und drauf gucken, wie ist denn das finale Produkt? Wie brauchen wir am Ende die Inhalte des Leitfadens? Weil ich glaube, wenn wir da jetzt sozusagen abzweigen und erst woanders Inhalte erstellen, dann müssen wir die hinterher wieder konvertieren. Das ist nicht nur Vermutung, sondern das ist bei einigen anderen Leitfäden auch passiert, die dann halt in einem OneNote den Leitfaden zusammengeschrieben haben oder in einem Google Doc oder so, weil es halt schön einfach ist. Und dann waren sie auf der Zielgeraden und dachten, jetzt kann man veröffentlichen. Und dann hatten sie irgendwie noch zwei, drei Wochen ziemlich harte Arbeit mit Copy und Paste und Fehlerausmerzen und so. Wo ich glaube, dass es Sinn macht, dass wir vielleicht direkt in die richtige Infrastruktur gleich reinarbeiten. Und da macht es aber Sinn, halt mal einen Termin zu spendieren, um sich das anzuschauen. Jetzt weiß ich nicht, muss man gerade euch nochmal groß machen. Ich habe heute nur einen Monitor. Ich glaube, von euch hat noch niemand in einem Leitfaden-Team gearbeitet, oder? An Content auf GitHub. Ute? Ah, Ute. Ich schon, aber nicht an Content auf GitHub. Ja, okay. Ja, okay, das meinte ich. Also mit quasi der ganzen Infrastruktur. Nein, sorry. Genau, also ich würde es euch mal kurz zeigen. Ich nehme mal hier bei den Leitfäden einen vielleicht E-Portfolio. Also das, was ich jetzt hier sehe, das ist die Startseite vom E-Portfolio-Leitfaden. Man sieht hier oben, da sage ich auch nachher noch was dazu, die wird über eine Domain GitHub.io ausgeliefert. Also wir nutzen GitHub sowohl zur Quellcode-Verwaltung als auch als Web-Server. Also das heißt, wir brauchen keinen extra Web-Server, sondern das macht GitHub für uns. Wenn ihr die Leitfäden kennt, die sind ja eigentlich immer vom Grundsatz gleich aufgebaut. Es gibt so ein Grundlagen-Kapitel, es gibt ein Lernfahrt-Kapitel mit den Cutters, es gibt einen Anhang. Es gibt, und das ist wichtig, hier verschiedene Zielversionen, die wir produzieren. Also so ein bisschen ist unser Ansatz schon Web-First. Zu sagen, das, was wir hauptsächlich im Blick haben, ist mal die Web-Version des Leitfadens. Weil es viele Circle gibt, die das dann zum Beispiel in den Teams arbeiten und sich das einfach als Reiter in Teams reinziehen oder so, weil es auf dem Mobilgerät gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt immer noch Leute, die sagen, oh, wir wollen das aber gerne ausdrucken oder per E-Mail verschicken und brauchen deswegen eine Web-Version. Oder wir wollen relativ einfach da was ändern, Begriffe ändern, Übungen ändern, dann schreiben die gerne in die Word-Version rein und machen sich ein anderes Deckblatt drauf. Oder jemand sagt, ich bin im Urlaub und habe jetzt Zeit und lädt sich das auf den Kindle. Deswegen haben wir die E-Book-Versionen. Und wir haben quasi noch eine HTML-Version, die ist für so Copy-and-Paste in Content-Management-Systeme gedacht. Die kann man auch schön in den Confluence-Wiki zum Beispiel kopieren. Das machen viele, dass man einfach sagt, man nimmt die Kapitel und schmeißt sie auf Confluence-Seiten und bearbeitet sie da dann weiter. Und wir haben auch so ein paar Zielformate noch im Kopf. Also, wir haben so ein bisschen schon daran geforscht, das hat noch niemand so richtig in die Hand genommen, eine One-Note-Version auch zu machen, dass man ein One-Note-Notizbuch kriegt mit dem Leitfaden, automatisch produziert. Wir haben halt so ein Proof-of-Concept gemacht für eine Audiobook-Version, also mit Sprachsynthese quasi ein Audiobook generieren, wo man sich dann im Auto zum Beispiel die Inhalte vorlesen lassen kann. Wir sind gerade dran und da wird wahrscheinlich der AI-Leitfaden der erste, wo wir das praktizieren, quasi über die DeepL-API-Übersetzung einzuklinken. Also, dass quasi in der Produktion des Lernfords auf Knopfdruck weitere Sprachversionen entstehen, die man dann nur nochmal von einem Native irgendwie durchlesen lassen muss. Das ist so ein bisschen der Grund, einer der zwei großen Gründe. Zweite sage ich auch gleich noch was, warum wir quasi auf GitHub und auf so einem softwareartigen Ansatz aufsetzen. Der andere ist, weil wir die Leute, die in den Leitfaden-Teams arbeiten, so ein bisschen in den Digitalisierungszaubertrank auch fallen lassen wollen. Also, das eine ist irgendwie über Agile und Sprints und verteiltes Arbeiten und Versionsverwaltung und transparente Stände zu sprechen. Und das andere ist, das als verteiltes Team agil auch zu tun. Und das ist so ein bisschen was, wo wir die Leitfaden-Teams ermuntern wollen, dass man sich da eben auch so ein bisschen reinarbeitet, weil man das halt als so klassische Wissensarbeiterin eigentlich nicht gewohnt ist. Da ist man meist noch sehr filebasiert und schreibt Word-Dokumente und PowerPoint-Dokumente und macht PDFs draus, dass es ja keiner klauen kann. Und so irgendwie so einen Ansatz quasi eher wie man in der Softwareentwicklung rangeht, hat man da eben selten. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund dahinter. Genau, und das wollte ich euch jetzt mal so, und da könnt ihr gerne jederzeit einfach reinfragen, das kann ein Vortrag sein. Aber ich habe mal überlegt, was für Themen ich gerne euch erklären, zeigen möchte. Und ihr könnt überall zwischenrufen, ich mache auch nach jedem Punkt hier eine kurze Pause. Das erste habe ich so grob schon drüber gesprochen, ich sage es nochmal explizit, ist so der Ansatz Content-as-Code. Im Gegensatz zu Content-as-File. Also so Content-as-File wäre, wir schreiben ein Word-Dokument, machen PDF draus. Bei uns ist quasi Content-Code. Das heißt, wenn jetzt jemand Software-Code entwickelt, wie in der Programmiersprache C oder Python oder JavaScript oder was auch immer, schreibt man ja im Wesentlichen Textdateien. Die werden dann über einen sogenannten Compiler, also über einen Prozess zu dem finalen Produkt gemacht. Also was weiß ich, bei Microsoft Teams zum Beispiel, das man halt auf Mac oder auf Windows Teams nutzen kann, wird der Source-Code in eine ausführbare Datei übersetzt. Und so ähnlich ist es bei uns in dem, was wir Produktionskette nennen auch. Wir haben quasi einen Source-Code, den schreiben wir und die Produktionskette macht dann da draus, was ich euch vorhin gezeigt habe, eine Web-Version, eine HTML-Version und so weiter. Ja, und das hat natürlich den Vorteil, sobald wir halt neue Versionen brauchen, sobald so einer zu uns kommt und sagt, hey, wir hätten das gerne in unserem Intranet, wir haben aber ein Media-Wiki oder wir haben ein Titel-Wiki oder wir haben ein Confluence, dann ist das halt in der Regel ein, zwei Zeilen Code bei uns in der Produktionskette und dann produzieren wir halt Textteil für Confluence und können das über die Importschnittstelle, alle Leitfäden, die es gibt, in fünf Minuten in den Confluence-Wiki importieren. Das ist so die Flexibilität, die dadurch kommt. Servus, Olli. Servus, Servus. Sorry, bis zu spät kommen. Ich habe wieder den Tensling-Nick von dem Cocktail-Kalender. Stimmt. Stimmt. Ich habe ihn fast überall gepostet, aber dann nicht. Genau, und das hat dann auch Auswirkungen auch bei den Grafiken zum Beispiel. Wir versuchen auch, die Grafiken in Source-Varianten bereitzustellen, also nicht nur GIFs oder PNGs, sondern in SVGs, das heißt in den meisten Repositories. Wenn ihr da reinschaut, dann sieht man, dass da eben eine SVG-Datei liegt. Das ist der Quellcode, den kann man bearbeiten und SVG ist auch einfach eine Textdatei und dann wird eben eine Binärdatei daraus exportiert. Das ist dafür gut, dass wenn man zum Beispiel sagt, ich habe hier den Podcasting-Canvas und mache einen Dojo oder einen Workshop und brauche die mal in A1 ausgedruckt, dann kann ich das halt mir hochskalieren für die Auflösung, die ich brauche. Oder wenn einer sagt, der Begriff in dem Canvas gefällt mir nicht, dann nimmt er halt entweder Inkscape oder Adobe Illustrator, macht das SVG auf und erzeugt sich eine neue Version, die er braucht. So ein bisschen gedanklich in die Zukunft gedacht, ist auch die Idee, mal darüber nachzudenken, Grafiken zu produzieren, also sozusagen Grafiken nicht mehr selber zu malen, sondern auch über Code erzeugen zu lassen, weil man damit eventuell so das Mehrsprachigkeitsproblem in den Griff kriegt. Das ist der Moment, das in dem Template-Leitfaden in der Erklärung steht drin, wenn man Grafiken macht, die Erklärung brauchen, schreibt in die Grafik nur Zahlen rein und macht die Erklärung dann im Text, weil dann kann ich in der englischen Version des Leitfadens einen anderen Erklärtext machen als in der deutschen. Während wenn ich jetzt eine Grafik mache oder was einige Leitfaden-Teams gemacht haben, sich das von den Sketchnotern bebildern lassen, dann muss ich quasi dafür sorgen, dass ich entweder sage, ich nehme eine englische Sketchnote und die packe ich in alle Leitfäden oder ich muss halt für jede Sprachversion eine neue Sketchnote machen, was meist dann auch nicht praktikabel ist. Aber das ist so am Rande, also das haben wir ja, weiß ich nicht, wie stark wir das dann kriegen bei dem KI-Leitfaden. Wir hatten, glaube ich, Ute, mit der du schon mal so chat oder hast du da geantwortet, mit dem sozusagen Entwicklung, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning, da gibt es auch so diese Spiegelei-Grafik mit den Jahreszahlen, ab wann das kam. Das wird dann vielleicht so eine Grafik sein, entweder kann man sich die irgendwo aus der Wikipedia klauen oder wir müssen uns halt eine selber bauen. Und dann sind wir sofort eben auch in dem Mehrsprachigkeitsthema mit drinnen. Genau, also das ist mal so dieser Ansatz. Ich weiß nicht, ist das so grob verständlich oder regt sich da schon Widerstand? Okay, also Punkt 1 geht damit. Danke dir, danke dir. Genau, dann vielleicht das nächste GitHub Repository. GitHub ist ja, ich weiß nicht, wer es mit Softwareverwaltung zu tun hat, da gibt es so ganz verschiedene Sachen. Vielleicht kennt ihr eine noch SVG oder noch ältere Varianten. Wie ist das? RCS oder RCD. Simon, kennst du dich da aus? Also gab es so verschiedene Varianten, wie man Software-Code verwaltet. Die sind dann irgendwann mal auch Cloud-basiert geworden. Und Git, beziehungsweise GitHub dann als Plattform, würde ich jetzt sagen, ist so ein bisschen der Standard, der sich da etabliert hat. Und im Prinzip kann man das sehen, das GitHub Repository ist wie ein Projektlaufwerk. Also wenn wir jetzt zusammen irgendwie im Word meinetwegen arbeiten würden an dem Leitfaden, dann würde vielleicht einer von uns ein OneDrive-Folder sharen und da liegt dann das Word drin oder Nextcloud-Folder oder so. Und so ähnlich kann man sich das, kann man sich dieses GitHub Repository vorstellen. Da ist quasi alles drin, was zu dem Leitfaden gehört. Und sieht auf den ersten Blick so ein bisschen komplexer vielleicht aus als ein reines Ordnersystem, was ja so rein hierarchisch ist. Seht ihr jetzt, wenn ich auf GitHub gehe, seht ihr das GitHub auch? Ja. Ja, okay. Ich zeige euch das mal an dem Beispiel. Wir haben ja den Lern-OS. Ich mache mal an dem For You vielleicht. Also so sieht die Startseite aus von dem GitHub Repository. Und so, ich habe gesagt, Content as Code. Der erste Reiter, der immer offen ist, das ist quasi der Code. Und das hier unten, wo hier DE steht und DOCS, das könnt ihr euch vorstellen wie die oberste Ordnerebene von einem ganz normalen Laufwerk. Wenn ich euch später zeige, wie man das per GitHub Desktop sich lokal auf dem Rechner synchronisiert, hat man auch genau das, was ihr da seht, als Ordner und Dateien auf dem Laufwerk. Da liegt eine Datei, die heißt Readme Markdown meinetwegen. Oder wenn ich hier in die deutsche Version gehe und dann sehe ich hier die PDF-Dateien zum Beispiel. Oder wenn ich hier in die Quellen reingehe, sehe ich hier die Markdown-Dateien der Kapitel. Oder eben bei Images, wie ich es gerade gesagt habe, die SVGs oder PNGs der Grafiken. Also das ist vielleicht mal so, als Erste, wer so ein bisschen Berührangst davor hat, erst mal sagen, okay, das Hauptding, womit man da zu tun hat, ist dieser Code-Bereich. Und der ist eigentlich nichts anderes als ein Laufwerk. Dann ist das Nächste, was ich dort habe, sind Issues und Milestones. Wer agil arbeitet, haben wir ein paar von euch gesagt. Da hat man in der Regel so ein Backlog, also quasi eine Sammlung von Dingen, die man tun will. Und die ordnet man dann Sprints an oder Releases zu. Nicht an, sondern zu. Und das ist im Prinzip dieser Issue-Bereich. Wenn ich hier auf Issues klicke, sehe ich schon hier oben, für den LernOS für dich gibt es 22 Issues. Man sieht hier auch, da gibt es Milestones, da klicke ich mal drauf. Ich klicke mal hier auf die gecloseden. Und da seht ihr im Prinzip, dass da die ganze Leitfadenplanung drin steckt. Das heißt, wer will und sich da die Mühe machen will, um mal gucken, wie hat sich denn der LernOS für dich Leitfaden entwickelt, kann da eigentlich zurück bis zur initialen Version, fast ganz zurück, vor der 06 war man auf Word noch gewesen, kann da angucken, was sind so die Sachen, die einzelnen Aufgaben, die gemacht werden mussten, um diesen Leitfaden quasi jetzt in der entsprechenden Version fertigzustellen. Und so funktioniert auch in der Regel die Versionsplanung, dass man sagt, da kommen irgendwie Sachen rein, Ideen für neue Links, es gibt ein neues KI-Modell. Das landet dann da als Issue und dann einigt man sich als Leitfaden-Team drauf, okay, Ende des Jahres müssen wir mal eine neue Version wieder rausbringen. Welcher dieser offenen Punkte ordnen wir jetzt dieser Version zum Beispiel zu? Das ist dieser Issue-Bereich. Und das wäre auch die Idee dann, wenn wir jetzt zusammenarbeiten und sagen, wir wollen jetzt erst mal die Version 0.1 rausbringen, also so die 0.1 ist in der Regel halt die erste geschlossene Version, die man so durchgängig lesen kann, die muss noch nicht rund sein, da müssen die Übungen noch nicht erprobt sein, aber dass wir da eben einen Meilenstein anlegen für die Version 0.1 und dann sagen, okay, da müssen die und die Kapitel geschrieben werden, die wollen wir vielleicht mit KI erzeugen, die Bilder brauchen wir, dann brauchen wir die Cutters, Visualisierung des Lernpfads. Dann kann ich quasi in den Issues sagen, das Kapitel muss geschrieben werden, das macht der Olli bis zum so und sovielten. Das wäre so unser, wenn man so will, Kanban-Board da innen drin. Das ist auch noch viel komplexer, also da kann man viel mehr mitmachen. Für einen Einstieg, finde ich, reicht das damit so ähnlich zu arbeiten, wie man es vielleicht in einem Planner oder einem Trello auch macht. Das ist jetzt quasi so ein Leitfaden auf die Straße zu bringen, keine Mondlandung, das ist nicht super komplex, aber in der Regel ist es ein bisschen komplexer, als dass einem so ein einfacher Schmierzettel ausreicht. Also das wären die Issues. Dann gibt es, reingeschrieben, ein Wiki, es heißt Wiki, ist eigentlich auch nur ein Bereich, wo man sozusagen so ähnlich wie in den Markdown-Quelldateien mit Markdown oder einem Wic-Editor an Seiten arbeiten kann. Ich kann euch das mal zeigen, ich mache das gerade mal in einem anderen Repo. Ich habe mit dem Carsten Ems, habt ihr vielleicht auf der LosCon gesehen, Carsten von Siemens, hat mal in dem LernOS-Core quasi mal diese Canvasse für LernOS für dich und für Organisationen vereinheitlicht. Und da haben wir jetzt zum Beispiel das Wiki genutzt, um da so ein bisschen unsere Gedankengänge zu sammeln und Content zu kneten. Das sind alles Sachen, die wir nicht jetzt für den Lernfahrt eigentlich gebraucht haben. Das finale Ergebnis haben wir dann da unten nochmal verlinkt, damit man es im Zugriff hat. Also da gab es dann quasi über der arbeitete Version des Canvass. Dafür haben wir die Wiki-Seiten genutzt. Also das könnte man sich jetzt, wenn jemand von euch mit Teams oder sowas arbeitet, vorstellen wie das OneNote in Teams. Dass man sagt, da hat man so ein bisschen gemeinsamen Schmierzettel für Text und kann man auch direkt im Browser editieren. Also da braucht man auch gar keine extra Tools dafür. Und dann gibt es noch was Drittes, das vielleicht für uns interessant sein könnte. Die Discussions. Also es gibt quasi hier dann auch einen Bereich mit Discussions. Das kann man sich vorstellen wie so ein Diskussionsforum. Ist bisher bei den Leitfäden noch nicht viel genutzt, wird aber in sehr naher Zukunft eine große Bedeutung bekommen. Ich zeige euch das mal hier an dem. Das ist jetzt der E-Portfolio-Leitfaden. Da ist unten dran ein Kommentarsystem. Kommentarsystem deswegen, dass jeder, der den Leitfaden nutzt und meinetwegen sagt, da weiß ich was Besseres, aber auch da ist ein Tippfehler oder hier gibt es noch das Tool oder die Übung ist gut, aber die wäre auch gut, dass man das kommentieren kann. So ähnlich wie am Blog an jeder Seite des Leitfadens unten dran. Und bisher ist es so, dass wir da ein System nehmen, da unten rechts steht es, das heißt Discussions. Also das ist quasi ein extra Service. Was dann so ein paar Datenschutzthemen mit sich bringt. Irgendwie man bettet das ein, da muss ich mich nochmal extra anmelden dafür und so weiter. Mittlerweile gibt es für die Plattform, mit der wir quasi die Webversionen machen, gibt es einen Ansatz, der heißt Discast. Also quasi hier das G statt das D und der verwendet dann sozusagen einfach diese Diskussionen des GitHub-Repositories als Kommentarsystem für die Webseiten. Und das hat den riesengroßen Vorteil, dass wenn jetzt jemand da reinschreibt, das, was ihr da schreibt zu dem KI-Modell sowieso ist falsch. Und wir als Leitfadenteam identifizieren das, können wir mit einem Klicken Issue draus machen und sagen, in der nächsten Version des Leitfadens müssen wir die Seite anpassen. Also so Feedback zum Leitfaden und zum Inhalt ist sehr nah an dem Team, was den Inhalt auch pflegt. Und das ist, finde ich, ganz charmant, das sozusagen zusammen zu haben. Das könnte für uns jetzt heißen, wenn wir sagen, wir wollen, wir sind eh schon online, also die steht schon im Repository. Und wir haben Gedanken dazu, was sich da ändern könnte, könnten wir auch schon dann anfangen, dieses Diskussionssystem zu verwenden, um so ähnlich wie ich einen Kommentar in Word einfüge, einen Kommentar zu der jeweiligen Seite zu schreiben. Also das ist mal so im groben Überblick das, was in so einem Repository drinnen ist. Das heißt, die Leitfaden nahe Diskussionen wäre dann eher im Diskurs und nicht im Discord. Weil man da auch ein Thema draus machen kann. Genau, also die Sachen, die contentnah sind, die vielleicht, also wenn wir die Seiten so benannt lassen, wie sie bisher heißen, bleiben die Kommentare dann auch bestehen. Das heißt, wenn der Leitfaden dann mal released ist oder in Version 1 ist, können alle Leute die sehen, die Kommentare. Das heißt jetzt sowas wie, treffen wir uns Freitag oder Montag, machen wir das in Discord oder in Teams. Das würde ich da nicht sehen als Kommentar, aber wenn da drunter steht, hier gibt es ein cooles Video zu GBT5 auf YouTube, was einen inhaltlichen Mehrwert dann auch bringt für die jeweilige Seite, kann das durchaus dort stattfinden. Und da können wir das auch einüben. Es kommt ein Kommentar rein, dann muss man sich ja immer einigen, quasi in der Sprintplanung, nehme ich das dann mit auf. Er schreibt das auf die Seiten drauf, wo wird das eingefügt. Da hat man gleich sozusagen so ein Übungsfeld, wo man das machen kann. Und für das Verständnis, also das heißt, auch wenn es nachher erschienen ist und wir vom Leitfaden-Team schon fertig sind, wird es für die andere Diskussionsplattform geben? Genau, das ist sozusagen inhärent im Repository, also das bleibt da. Und wenn ich mal drauf gucke, ich bin ja in, also bei einigen Leitfaden bin ich Maintainer, bei anderen bin ich so zumindest in den Teams mit dabei und kriege das immer mit. Du hast ja immer das Problem, dass du halt Zillionen von Kanälen hast, wo irgendwie Feedback und Ideen und hier gibt es noch einen Link. Da kommt eine E-Mail, dann musst du dir einen Ordner anlegen in deinem Outlook oder wo. Dann wirft dir jemand was zu. Dann schreibt jemand ein Tut auf Mastodon und so. Also es ist total verstreut. Und da kann man halt dann dazu übergehen, so hatte ich das jetzt auch bei meinem Leitfaden immer gemacht, auch wenn mir jemand eine E-Mail geschrieben hat, habe ich das halt immer in den Issue rein, in das jeweilige Repository, damit ich weiß, okay, das nächste Mal, wenn ich Versionsplanung mache, stolpere ich da auf jeden Fall drüber und dann lösche ich die Mail. Weil auch alle anderen, die am Leitfaden mitarbeiten, die Mail gar nicht haben, die an mich geht. Müsste ich die an alle weiterleiten oder so. Oder beim Sketchnoting-Team, da bin ich in dem Telegram-Kanal noch drin, da kommt dann immer so ein Screenshot von Twitter. Hier hat einer gesagt, das wäre noch cool. Und die Frage ist, wenn die den Leitfaden irgendwann mal anpassen, findet irgendjemand nochmal diesen Screenshot wieder, wo irgendjemand eine schlaue Idee zum Leitfaden hatte. Ja, da gibt es noch ein paar andere Sachen, da würde ich jetzt zum Einstieg mal noch nicht drauf eingehen, das wären so die wichtigsten für die Leitfadenarbeit. Gibt es dazu noch Gedanken oder Kommentare oder noch Sachen, die nicht klar sind? Hin und her schalten. Wenn ich euch jetzt sehe, ihr seht trotzdem meinen Screenshot, ne? Ja. Den Browser, ja, gut. Okay, dann sprich mal eins weiter und mach mal hier diese. Wir haben einen Leitfaden, weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt LernOS Template Leitfaden. Das ist ein Repository, den wir quasi als Ausgangsbasis verwenden, immer wenn man neue Leitfäden macht. Der hat die Besonderheit, der ist als Template gekennzeichnet. Da klicke ich einmal drauf. So ein bisschen wie eine Projektverzeichnisvorlage, kann man sich das vorstellen. Und die Besonderheit da ist, dass da drinnen ein komplett funktionsfähiger Leitfaden steckt, der quasi erklärt, wie kommt es eigentlich zu Leitfäden, ne? Irgendwie ist es nicht. Also früher war das so, da gab es mal hier einen Blog und da einen Kommentar und da habe ich auf Connect was geschrieben. Und da hat man immer gemerkt, wenn es neue Leitfäden-Teams gab, die haben dann immer überhaupt nicht, die kannten die ganzen Links nicht und ich war dann immer beschäftigt. So eine E-Mail, da hatte ich alle Links zusammengefasst, die hatte ich ihnen geschickt. Und dann haben sie gesagt, ah, jetzt haben wir ein Repository, aber wie fangen wir da an? Und dann habe ich gesagt, ich packe das mal alles zusammen in so einen Template-Leitfaden. Und das ist halt so von Lebenszyklus, von Idee des Leitfadens bis zu Themas nicht mehr relevant und wird archiviert, mal so ein bisschen beschrieben. Aber das sind eben auch die Sachen, warum ist das Inhaltsverzeichnis so aufgebaut, wie es aufgebaut ist, warum nehmen wir sowas wie GitHub und so, das ist da alles drin beschrieben. Und da ist eben die Beschreibung der Verzeichnungsstruktur drinnen. Da gibt es nämlich so ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz selbsterklärend sind. Da würde ich jetzt mal, Moment, wo es immer hier Inhaltsverzeichnis ist, hier mal drauf eingehen. Also wenn ihr in das Code-Repository schaut, habt ihr ja vorhin schon gesehen, es gibt dieses DE-Verzeichnis und dann gab es ein SOAS-Verzeichnis und dann gab es ein DOCS-Verzeichnis. Das ist hier versucht, möglichst gut zu erklären, was es damit auf sich hat, warum das so ist. Also zum Beispiel Mehrsprachigkeit der Leitfäden, hat man mal gesagt, wir tun halt auf oberster Ebene nach der ISO 639, das ist die, die Sprachen standardisiert, das ist die Sprachkürzel. Also sagen alle Leitfaden-Versionen, die da liegen, haben erstmal einen Ordner mit ihrem Sprachkürzel nach ISO 693. Das heißt, wenn ein Leitfaden auf Deutsch, Englisch und Spanisch ist, gibt es auf oberster Ebene DEENES. Und innerhalb dieses Verzeichnisses dann gibt es ein Unterverzeichnis, das heißt SOAS. Da liegen die Quelldateien drin. Da kommen wir nachher noch drauf. Da liegen auch so ein paar Besonderheiten drin. Also das sind so, was weiß ich, Style-Shields, die das Aussehen beeinflussen und so. Damit haben wir aber in der Regel nichts mit zu tun. Also wenn man so einen ganz einfachen Leitfaden hat mit einer Einleitung, einem Grundlagenkapitel, einem Lernpfad und einem Anhang, dann liegen da vier Markdown-Dateien drin mit den Inhalten. Und meist ist es dann so, deswegen sieht man schon hier, da ist so mit 1.0 und 2.0 gespielt. Das ist quasi immer die nächste Ebene. Also da, wo wir zum Beispiel gesagt haben, bei Grundlagen muss man was über KI-Modelle wissen, wäre dann Kapitel 1.1 und heißt dann meinetwegen KI-Models oder KI-History oder so, dass das dann auch in dem Verzeichnis irgendwie der Reihenfolge nach so ähnlich wie im Inhaltsverzeichnis liegt. Und dann gibt es die Produktionskette, die daraus dann automatisch eben diese Zielformate macht. Bisher war es so, ich weiß nicht, wer mit Software schon mal Softwareentwicklung zu tun hatte, da gibt es immer so Make-Dateien. Also das heißt, man hat auf seinem eigenen Rechner die ganzen Tools, die gebraucht werden, um diese Zielformate zu erzeugen. Das hat uns auch einen rechten Aufwand gemacht, die für Windows und Mac zu pflegen. Und vor allen Dingen ist es so, dass viele Leute, die an Leitfäden arbeiten, zum Beispiel Firmenrechner dafür nutzen, wo sie keine Software installieren dürfen. Und das heißt dann, dass ich da ein Problem kriege, dass die ihr Leitfaden nicht produzieren können. Und deswegen hat man jetzt da eben, also bis zur LostCon eigentlich und rund um die LostCon dran gearbeitet, dass wir so eine Cloud-basierte Produktionskette haben, wo ich quasi nur noch die neuen Markdown-Dateien in GitHub hochladen, Committen heißt es muss, also ich reiche die ein. Und das, was ich vorhin hier übersprungen habe, da kann man mal kurz, ich habe mal gerade in den AI-Leitfaden, das ist das sogenannte Actions-Reiter, also das ist eine Automatisierung in GitHub. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass vor vier Stunden das letzte Mal ganz automatisch aus den Markdown-Dateien, die da drin sind, Web-Version, PDF-Version und so weiter erzeugt worden ist. Also damit hat man jetzt als Leitfaden-Team nichts mehr zu tun im Wesentlichen. Das funktioniert vollautomatisch. Das ist immer eine gute Geschichte, so in der Softwareentwicklung, man hat genug andere Sachen zu tun. Alles, was man wegautomatisieren kann, wegautomatisieren. Da sind wir jetzt auch gerade dran, so eine Action zu bauen, die uns die Übersetzung macht. Die schiebt dann einfach, wenn ich eine neue Version kommitte im Hintergrund, die ganzen Markdown-Dateien gegen die DeepL-API, kriegt von der DeepL-API eine neue Sprachversion zurück, schreibt es in den Englisch-Ordner, lässt darüber die Produktionskette laufen, englische Webseite fertig. Also das ist so die Idee, da möglichst wenig Manuelles zu haben. A, das nicht nervt und man die Arbeit eher ins Kreative stecken kann. Und B, dass es halt auch funktioniert für Leute, die jetzt so Tools sich nicht installieren wollen, zum Beispiel. Das ist hier, ich hatte neulich schon mal, da hatte ich allerdings nicht so richtig viel Zeit, es gibt hier unten so ein Kapitel LernOS-Produktionskette in der Cloud, da ist das schon mal so anskizziert, ist aber noch nicht gut beschrieben. Also der Hauptteil, wenn ihr da mal reinlesen wollt, das passiert noch auf der lokalen Produktionskette. Damit werden wir aber hoffentlich nichts zu tun haben, sondern werden das komplett Cloud-basiert machen können. Weil ich es gerade sehe, in dem Source gab es auch einen Slides-Ordner. Das haben noch nicht viele Leitfäden, das finde ich aber eigentlich auch ganz charmant. Mal gerade, wo kann ich euch das zeigen? Bei dem For You müsste das sein. De. Links. Ah, ne, da haben wir es nicht. Aber auf der LernOS.org müsste man es eigentlich haben. Na, bei manchen von den Leitfäden seht ihr hier so Präsentationen eingeklingt. Und das ist mit, müssen wir uns jetzt auch noch keine Gedanken machen, aber das ist ja quasi ein Framework, das heißt Reveal.js. Das erzeugt aus Markdown-Präsentationen. Das heißt, hier ist jetzt quasi ein Slide-Deck drinnen, was ich ganz normal präsentieren kann, auf einem Meetup oder bei einer Besprechung oder bei einer Konferenz oder Session in einem Barcamp. Und der Vorteil ist der, dass quasi die ganzen Grafiken, also wenn sich jetzt so, was weiß ich, die Sprint-Grafik ändert, weil wir sie im Leitfaden ändern, die Folienversion sich automatisch die neue Grafik aus dem Repo holt. Das heißt, ich muss dann nicht anfangen, ich habe die Grafik geändert und dann muss ich irgendwo eine PowerPoint-Datei aufmachen, muss dort die Grafik austauschen, sondern in der Produktionskette wird die Grafik neu erzeugt und wird sofort auch in die Präsentation eingebaut. Das heißt, ab dem Moment, wo das neue Release des Leitfadens da ist, ist auch schon die Web-Präsentation aktualisiert und ich kann nachmittag ein Meetup dazu machen. Auch da wieder so die Idee, das zu automatisieren. Das wäre dann halt in Richtung, wenn wir dann den Leitfaden fertig haben und vorstellen wollen, ganz spannend zu überlegen, da halt auch so eine kleine Basis-Präsentation zu machen, mit dem man die Inhalte dann vorstellen kann, entsprechend. Genau, dazu? Gibt es dazu Fragen noch? Über Gedanken? Ist das total chinesisch? Total kauderwäsch? Oder ist das so einigermaßen? Also Rückmeldung ist, ich versuche erstmal alles einzusammeln an Informationen. Perfekt. Im Rucksack sind tausend Fragen, aber... Das ist wie beim Kochen. Die Fragen kommen, was machen dann? Genau. Aber erstmal für mich erstmal zuhören. Danke. Genau, dann springe ich mal zum nächsten. Markdown als Quellsprache. Das ist auch schon an der einen oder anderen Stelle mal diskutiert worden, ob man dabei bleibt. Aber im Wesentlichen, finde ich, hat sich das so als Dokumentationssprache durchgesetzt. Ich habe euch hier mal die Markdown-Seite verlinkt in der Wikipedia. Also wer da mal reinlesen will, kann das gerne tun. Und wir haben im Template-Leitfaden, jetzt habe ich ihn schon wieder zugemacht, mal so die wichtigsten Elemente der Markdown-Syntax aufgeführt, die wir in den Leitfäden auch verwenden. Und so ein bisschen die Do's und Don'ts und Pitfalls. Da muss man dazu sagen, die Grundidee von Markdown ist, eine sehr, sehr einfache Auszeichnungssprache zu haben. Ich weiß nicht, ob von euch jemand mal mit Latech oder sowas gearbeitet hat, wo man so wissenschaftliche Formeln oder so ein Kram macht. Da hat man so das Gefühl, falls du mit uns redest, Olli, wir hören nichts. Okay. Also das ist sehr, sehr komplex. Die Idee von Markdown ist, dass man sehr, sehr einfach auch in einem ganz normalen Texteditor Text formatieren kann, Überschriften auszeichnen kann, Listen machen kann und das theoretisch auch in dem Quellformat lesen kann. Und dann ist sozusagen ein Kerntool, was wir verwenden, das ist auch in dem Template-Leitfaden verlinkt, ist Pandoc, das seht ihr hier in der Überschrift, Universal Document Converter, also der kann eigentlich von allen Quellformaten in alle Zielformate. Das, was ich vorhin gesagt habe, was ich empfehle Kunden, die wollen halt die Leitfäden dann in dem Wiki drin haben. Das heißt, wir haben als Ausgangsformat Markdown und haben dann quasi hier Schalter, wo wir für so gut wie alle Wikis sozusagen automatisch die Inhalte dann generieren und erzeugen können. Oder eben auch Word-Dokumente, das ist so, durch die Word-Version gemacht wird. Und wir haben schon mal experimentiert mit so Jupyter-Notebooks, wo man dann auch drin arbeiten kann und so. Also das ist wirklich so ein Schweizer Taschenmesser der Textkonvertierung. Da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Ist aber, wie gesagt, weil man weiß, dass der Gartenzaun eine oder mehrere die Überschriften sind, der Bindestrich, die Aufzählungen, eine Einspunkt am Anfang, eine nummerierte Aufzählung. Dann, wie macht man einen Link, wie macht man eine Grafik? Das ist ein bisschen komplexer. Aber wenn man das einmal drin hat, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich zeige euch dann gleich auch hier in dem Punkt 5.2 noch, dass man auch das noch sozusagen weg abstrahieren kann und mit dem Markdown genauso arbeiten kann, wie man das von Word und Co. gewohnt ist. Aber theoretisch, wenn ich jetzt euch dann, manche von euch haben wir schon in GitHub, im Discord quasi, den euer Handle reinkopiert. Moment. Hier ist wieder GitHub. Sorry. Gucken. Und ich euch auf das Repository freigeschaltet habe, dann kann man jetzt hier in GitHub schon, ich gehe jetzt hier mal in die Source, habe hier AI Machine Learning zum Beispiel, die History, gehe hier drauf, dann sehe ich hier die Markdown-Datei. GitHub rendert die schon, also zeigt mir die in dem sogenannten What-You-See-Is-What-You-Get-Modus an. Also damit ist alles gemeint, wo ich jetzt nicht nur sage, du bist fett oder du bist eine Überschrift, sondern wo es auch wie eine Überschrift aussieht. Und wie man hier rechts am Rand sieht, gibt es ein Edit-This-File. Das heißt, hier kann ich draufklicken und könnte die Markdown-Datei bearbeiten. Und dann kann ich das auch kann ich hier sagen, Geschichte aus Open-HPI-MOOC ergänzen. Frage, wie sinnvoll das ist. Dann habe ich hier Commit Changes, also es gibt nicht nur ein Speichern, weil die Idee immer ist, dass für alle transparent nachvollziehbar ist, was sich sozusagen geändert hat. Deswegen muss ich bei jedem, bei jeder Speicherung, die ich mache, eine Commit-Message machen. Theoretisch könnte ich jetzt hier einfach auch auf Commit gehen, aber guter Stil ist, dass man kurz beschreibt, was man gemacht hat. Also hier schreibe ich rein, Hinweis. Das ist der Commit-Message genauso lang wie der Text, den ich ergänzt habe. Mooc ergänzt. In der Regel macht man das, dass man halt irgendwie jetzt Kapitel überarbeitet hat oder so. Und dann mache ich hier den Commit und jetzt sieht man sozusagen, die Markdown-Datei hat sich geändert, ist gespeichert, fertig. So könnte ich an einem Kapitel arbeiten im Webbrowser. Simon? Ja. Zeigt nicht automatisch an, wer was geändert hat oder, gut, warum nicht natürlich, aber wer schon, oder? Genau, also wenn ich jetzt hier gucke, dann sieht man hier die, hier, Update 1.1 AI History. Und hier kann ich dann quasi auch in der Historie, wenn ich hier auf History klicke, sehen, was ich gemacht habe und kann mir das auch vergleichen lassen. Und kann theoretisch auch, wenn ich jetzt sage, Olli hat da was geändert, aber als Unfug kann ich es wieder zurückrollen. Also das ist der gleiche Mechanismus, wie es in der Wikipedia ist. Jede Eintragung in der Wikipedia wird protokolliert, auch mit dem, der es editiert hat. Und ich kann zu jedem Stand vorher zurückgehen. Also, und wenn das jetzt Unfug wäre, würdest du das dann einfach überschreiben oder würdest du dann einen Kommentar irgendwie anfangen zu diskutieren? Geht das auch? Also in der Position? Das geht auch. Also ich müsste, ich müsste halt, ich könnte ein Issue aufmachen dazu. Also ich kann an jedem Dokument ein Issue aufmachen und könnte sagen, hier, ich glaube, das und das ist nicht richtig. Lass uns das mal ausdiskutieren. Und erst, wenn das Ergebnis ausdiskutiert ist, ändert man es dann an der Quelldatei wieder. Das ist auch bei Software was ganz typisches. Jemand hat es eingereicht und es wirft einen Fehler. Also es funktioniert nicht. Und dann muss man eben erst mal darüber diskutieren, den Fehler finden und erst, wenn der gefunden ist, sozusagen, dann ändert man es wieder. Genau. Genau, das sind diese Commit-Messages und das finde ich eigentlich auch immer ganz gut beim verteilten Arbeiten, weil man jetzt irgendwie Wochen nichts gemacht hat und die Ute hatte viel Zeit und der Simon und ihm viel geschrieben und ich komme zurück, dann sehe ich halt auf einen Blick, wo hat sich was geändert und kann mir auch angucken, was hat sich geändert. Ob ich das dann mache oder nicht, das liegt bei mir, aber ich kann es zumindest machen. Genau, und jetzt zeige ich euch eins noch, das ist der letzte Punkt. Wenn ich länger an einem Leitfaden arbeite und jetzt nicht nur einen kurzen Modell ergänze oder so, finde ich es eigentlich angenehmer, manchmal sitze ich im Zug oder so und editiere da, sozusagen die Inhalte lokal auf meinem Rechner zu haben und auch eher damit zu arbeiten wie bei Word. und dafür, da bin ich vorhin hier drüber gesprungen, gibt es eine Client-Software von GitHub, die heißt GitHub Desktop, die zeige ich euch auch gleich. Die macht eigentlich nichts anderes als ein Dropbox oder ein OneDrive-Sync-Client, die synchronisiert quasi das GitHub-Repository online, den Code-Teil, mit meinem lokalen Rechner. Ich springe mal hier um und zeige euch den ganzen Bildschirm. Jetzt müsst ihr ihn wieder sehen, oder? Genau, jetzt springe ich mal hier auf, hier läuft jetzt GitHub Desktop, ich mache es mal im Vollbild, dann ist das nicht so verwirrend. Das, was ihr hier jetzt seht, ist der GitHub Desktop-Client, ihr seht hier oben bei Current Repositories, da sind so einige Repositories, habe ich mir jetzt lokal auf den Rechner synchronisiert. Da bin ich jetzt hier gerade in dem LernOS AI. Wenn ich da draufgehe, sehe ich hier oben auch gleich, da steht das kleine Pull Origin, es gibt online drei Änderungen, seit ich das letzte Mal synchronisiert habe. Das heißt, ich bringe es hier erst mal drauf. Jetzt synchronisiert er das wieder mit meiner lokalen Kopie und lokal sieht es einfach so aus, also ich bin jetzt auf dem Mac, aber das ist auf Windows das Gleiche. In meinem GitHub Repository, wenn ich hier auf LernOS AI gehe, was ich euch vorhin gesagt habe, das, was bei Code steht, habe ich jetzt hier quasi lokal und hier in den Sourcen habe ich die Dateien vorliegen und wenn ich jetzt hier reinschauen würde in AI History oder wo wir gerade online geändert haben, sieht man hier heute 11.42, alle anderen sind aus dem September, habe ich jetzt hier lokal die Datei, an der ich gearbeitet habe. Könnte die bearbeiten lokal, könnte die mit dem GitHub Desktop committen, also einchecken und auch wieder nach online synchronisieren. Und da wird dann schon so der erste Aspekt, wo man sich abstimmen muss, sichtbar. Olli, wenn du an der Datei arbeitest und ich auch, kriege ich einen Konflikt, wenn ich die zusammenführen will. Weil GitHub dann sagt, Achtung, zwei Leute haben an der gleichen Datei gearbeitet, da muss ich sozusagen online gehen und muss die zwei Varianten zusammenführen. Deswegen macht man es eigentlich ähnlich wie bei der Software auch so, dass man sich das ein bisschen aufteilt, wer an welchem Modul arbeitet, dass man sich da eben nicht in die Quere kommt. Und was ich jetzt zum Beispiel mache, das ist das Letzte, was ich euch zeige noch. Ich habe ein Tool, das ist auch in dem Template-Leitfaden beschrieben. Das ist Marktext, das ist auch ein Open Source Tool. Und was ich mit dem machen kann, ist, ich sage dem hier Open Folder. Der ist jetzt schon, der Folder, den ich hier ausgesucht habe, ist jetzt schon das Source-Verzeichnis von dem LernOS AI. Und dann öffnet er mir hier den ganzen Folder und ich sehe jetzt hier quasi, nehmen wir mal die AI Models zum Beispiel. Das ist jetzt das AI Models Kapitel im Leitfaden. Das sehe ich jetzt in so einem Visivik-Modus, also what you see is what you get. Das heißt, hier kann ich jetzt ganz normal reinschreiben. Was steht hier? Frage, was machen wir Auto-Modell? Wie zum Beispiel Audio Lab. Punkt speichern zu Kapitel bearbeitet. Also so kann man quasi dann lokal arbeiten, wie man es von von Word oder so gewohnt ist. Und hat halt hier einfach das Inhaltsverzeichnis, was letztendlich die Dateien sind, die im Dateisystem liegen. Wenn ich jetzt, ich habe das eine Kapitel quasi geändert, ich springe hier auf den GitHub Desktop, der zeigt mir sofort, was ich geändert habe. Ich könnte hier dazu schreiben, Audio Lab ergänzt. Mache hier ein Commit. Jetzt ist sozusagen diese Änderung committed, aber noch nicht, das sieht man hier oben, noch nicht auf das GitHub Repository zurückgepusht. Vielleicht, weil ich im Zug setze und kein WLAN habe. Jetzt drücke ich hier auf den Knopf Push Origin. Jetzt wird es sozusagen synchronisiert. Und wenn ich dann hier reinspringe in mein Repository, Moment, wo waren wir? Ja, noch SAI und lade es neu. Dann sehe ich schon hier auf oberster Ebene, hier hat gerade jetzt jemand Audio Lab ergänzt, kann dann hier rein navigieren, hier in die Sourcen. Und dann sehe ich quasi hier bei den AI Models, da ist jetzt genau das, was ich ergänzt habe, drin und ist wieder online. Im Hintergrund produziert die Produktionskette schon die neuen Varianten. Das sieht man dann hier. Also hier läuft jetzt quasi so ein kleiner oranger Punkt durch. und wenn der dann fertig ist, ist die neue Version vom Leitfaden schon online. Das PDF ist fertig, das E-Book ist fertig, das Word ist fertig. Damit habe ich dann eigentlich nichts mehr zu tun. Und deswegen sage ich immer, so am Anfang ist das so ein bisschen aufwendig, sich da reinzudenken, aber dann, wenn man das mal so hat als Flow, macht das halt die Arbeit massiv leichter, weil ich mir um die ganzen Sachen überhaupt nicht mehr kümmern muss. Genau. Soweit wollte ich es euch heute mal erklären. Was ich von euch bräuchte, ist, also wenn ihr noch kein GitHub Repository habt, kein GitHub Konto habt, dann könntet ihr euch eins anlegen. Ich brauche von euch quasi den Nutzernamen, den ihr dort habt, weil dann würde ich euch hier, Moment, das zeige ich euch auch, ich kann quasi als Maintainer hier in den Settings Collaborators and Teams eintragen. Moment, zweiter Faktor, ja, da, 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 Sicherheit und Komfort, kennt ihr ja. Also, wenn ihr zu dem GitHub Desktop und Repo und Synken Fragen habt, könntet ihr auch gerne gleich noch loswerden, solange ich hier meinen zweiten Faktor suche. acht fünf sechs drei acht eins genau, also da kann ich dann hier sagen, add people und hier, ich weiß gar nicht, vorhin hat er ja auf Discord, irgendjemand hatte seinen Namen schon gepostet, wer waren das? Die Ellen, glaube ich, ne? Was hattest du, Ellen? Ruf mir den mal gerade nochmal zu. Ellen Braun. Ellen Braun, klein ein Wort, ne? Genau, da bist du schon, dann kann ich euch halt verschiedene Rechte geben, nur, also lesend Rechte, das ist hauptsächlich, wenn man geschlossene Repositoris hat, triage, sind eher so Leute, die Sachen kommentieren, normalerweise hat man Write-Recht, damit kann man quasi auf allen, was in dem Repo ist, schreiben, das gebe ich dir jetzt, so und ab jetzt kannst du quasi die Ellen schon mal das machen, was ich gerade gemacht habe, nämlich auf diese Markdown-Datine zugreifen und auch das Repo synchronisieren. Genau, Marcel hat den, können wir auch gleich nehmen, das ist der vom E-Portfolio-Leitfaden, ne? Den auch mit rein, da bist du Write-Recht, genau, Hans Gärtner hat es, glaube ich, noch, Simon Minus, Roderos. danke dir. Simon Minus, Roderos. Ihr kriegt dann auf GitHub direkt auch noch so eine kleine, kleine Erinnerung, da ist der Olli, Ewingo, 13. Und das wäre jetzt die Idee, dass er, wenn er wollte, könnte er da bis nächstes Mal schon mal ein bisschen, ein bisschen rumspielen, man kann ja nichts kaputt machen, könnte im Wiki probieren, da schon mal mit Markdown ein bisschen rumspielen, ne? Und dann könnte man quasi das nächste Mal sagen, okay, wie teilen wir uns jetzt die Arbeit auf, wollen wir die Wissenslernkarte, die wir erzeugt haben, die Mindmap da reinbringen, wie kann man die bearbeiten, schon mal Issues erstellen, für die Kapitel das bisschen verteilen, dass wir so sagen, jetzt findet sich da mal jeder bisschen ein und guckt. Ich würde euch empfehlen, mit dem GitHub Desktop auf jeden Fall mal zu spielen, wenn ihr vorhabt, da so ähnlich, wie ich euch gezeigt habe, mit dem VisiVic Editor zu arbeiten, ist aber auch kein Muss, aber dass jeder mal so ein bisschen guckt, wie er sich das für sich einrichten will und dann gehen wir das nächste Mal dann, wie machen wir es mit unserem Content sozusagen drauf ein. Was ist so für alle? Nick, nick, nick. Für mich ja, vielen Dank für die Einleitung. Ja, wir können ja durchaus im Discord schon mal ein bisschen erplauschen. Wir haben ja jetzt so ein paar Sachen, wo wir wissen, wo Content rein muss. Wir hatten dieses Hans-Böckler-Stiftungsstudie und so weiter. Wir wissen, wo wir noch kein Content haben, hatten die Idee, da was mit GBT zu schreiben. Das können wir durchaus asynchron ja auch im Discord schon machen und dann schon so ein bisschen rumspielen, Content da in Markdown reinzupacken. Wie ich gezeigt habe, da kann nichts kaputt gehen. Also alles, was wir da machen, können wir problemlos mit einem Klick wieder zurückrollen. Das ist das Schöne, das ist wie beim Arbeiten im Wiki. Okay, cool. Dann halte ich die Aufzeichnung an und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr Fragen habt oder wenn es Probleme gibt, einfach in den Chat reinschreiben und dann halte ich die Aufzeichnung.